So Leute, ich zeige euch heute mal, wie ein ganz normaler Tag im Schnee aussieht. Erstmal die Einfahrt runterschlittern. Da bin ich leider hingefallen, aber ich war auch im Eisbach surfen. Es war sehr, sehr kalt, meine Füße sind leider fast eingefroren. Ich habe nichts mehr gespürt, aber egal, Hauptsache eine gute Figur machen. Also konzentrier dich, hopp, reinspringen und schaut mal, wie lässig ich da surfe. Puff! Da bin ich leider ins Wasser gefallen, aber das hat mich nicht gestoppt, nochmal zu fahren. Also hopp, reinfahren und hui! Auf einmal waren wir noch rodeln. Puff! Sorry nochmal, Jonathan, dass ich dir da die Nase gebrochen habe.